Ich glaube, ich habe in das Woche eine zugenommen. Ach komm, das geht ja nicht so schnell. Na ja, schau mal, meine Hose geht nicht mehr zu. Ich habe mal gelesen, dass es eine Online-Sendung gibt, wo du einen BMI-Wert ausrechnen kannst. Vielleicht sollte ich das mal probieren. Ja, machen wir mal. Weißt du noch letztens, als du mir eine Hose nicht zugegangen bist? Ja. Ich hatte einfach die falsche Hose. Ah, da hast du doch nicht zugenommen. Mit Algorithmen kann man wie in unserem Beispiel etwas automatisch ausrechnen lassen.